Eine weitere Perle spiritueller Literatur ist mit Sicherheit das Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Und dieses Buch können wir Ihnen nun anbieten als E-Book zum Preis von 4,99 Euro. Das ist eine ganz tolle Sonderreihe, die wir Ihnen hier anbieten in Zusammenarbeit mit dem Goldman Verlag. Ab sofort zu haben bis Mitte Januar. Ja, Gespräche mit Gott. Vielleicht muss ich Ihnen das Buch gar nicht mehr groß vorstellen. Es ist ein absoluter Klassiker mittlerweile. Neil Donald Walsh hatte in den 80er Jahren eine große Krise. Job verloren, Frau verloren, überhaupt kein Geld mehr. Und eines Nachts hat er sich hingesetzt und hat gefragt, was hatte ich getan, dass ich in meinem Leben derartig zu kämpfen hatte. Und ich lese hier aus dem Originalbuch, das, wie gesagt, es jetzt ganz toll als E-Book bei uns gibt. Und plötzlich hat seine Hand wie von selbst angefangen zu schreiben. Und dann kam folgende Frage, willst du wirklich eine Antwort auf all diese Fragen oder nur Dampf ablassen? Und das musste er sich dann auch erst mal fragen. Etwas später kam noch die Sache, die Aussprache. Ich kann dir meine Wahrheit nicht verkünden, solange du nicht aufhörst, mir deine zu verkünden. Das heißt, es ging für ihn erst mal darum, zuzuhören. Es ist ein großartiges Buch, ein humorvolles Buch. Ob er nun wirklich mit Gott selbst spricht, das weiß kein Mensch. Auch Walsh hat das immer gesagt, dass es gar nicht darum geht. Es ist humorvoll, es ist witzig, es geht um unsere Schöpferkraft, um unser Bewusstsein, darum, wie wir selbst mit unseren Gedanken unser Leben vermiesen können oder verschönern können. Ein wunderbares Werk, das ich Ihnen wirklich ans Herz legen kann. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt für 499 als E-Book zu haben ist. Eine Perle spiritueller Literatur. Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.